Also, wir wollen jetzt eine kleine Einweisung, dass ihr wisst, was auch hier zukommt. Zum allererst legen wir den Korb hier. Das ist eine Einheit. Die brauchen wir zweimal jetzt aufhalten. Die Korb noch aufhalten. Mit der kalten Luft hier mit dem Bläser wird erstmal Luft eingeblasen. Dann kommt das Füll. Erstmal eine ganze Fülle erreicht. Dann kann ich einheizen. Dann stellt er sich langsam auf. Steht wieder so da wie jetzt. Aber die müssen oben drüber. Dann wird hier so eine Füllzelein erreicht. Das heißt, ihr müsst gleich einsteigen. Dann kommt das jetzt noch an. Und ihr seht, wie das vorsehen. Hier ist der Einstieg. Das ist halt. Dann müssen wir es nach oben anfassen. Dann können wir euch hier schon wieder platzieren. Das kann sein. Setzt euch ein bisschen erstmal drauf. Das andere Bein reingeholt. Dos Reif Yetis. Bartottfig Mackenzer. Der Geys mehr Unter+, Tor ist es gleich confisc noisy. Dann kommt das Zverein für so. Ich brauche das. So. Tag Untertitelung. BR 2018 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 906 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018